wir wollen durch nur noch vier nur noch fünf level das ist noch sechs sind noch sechs level auch sechs leute so auf die kanülen fertig so apropos ich werde nicht überspringen auch wenn ich will einmal lasst es sich uns up in that tower get myself up there I've got to find a way to beat all these orcs Uuuuund... Danke. Ja. Ich bin ein Loser. Okay, das muss ich unbedingt merken. Wie alles geht. So. Das geht. Wir kommen durch. Ach. Weg. Oh, verdammt. So. Excellent. Wir kleinen dreckigen Orks. Ihr seid kein Match für den Mächtigen. Da, noch einer tot. Da. Ja. Auch besiegt. Doch. Fuck. Da. Da. Oh. 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 Okay. So. Unser Ziel ist so viele Orks wie möglich zu töten. Und Tuch. Okay. Das geht ja. nicht, wir fahren nicht so weit raus her können. Hier sind wir einfach aus. mein gott lassen na komm schon Ich denke, ich habe auch genug Orks hier getötet, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Wenn ihr noch nicht beim letzten Video zuguckt habt. So, er ist weg. Auch weg. So, er ist weg. So, er ist weg. So, er ist weg, 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 weg. So, er ist weg. So, er ist weg. So, er ist weg. Okay. So, er ist weg. 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 ich war so kurz aber davor das level zu schaffen ja dann wird das jetzt ein sehr kurzes video für euch tut mir leid ja 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 Okay. Oh, Schade. Aufpassen. Ich schaue jetzt. Oh Gott, jetzt! Oh, Gott! Da! Okay. Da! Hallo! So! Okay, wow! Kann ich mal zielen? Ah, mit Sam zu zielen ist echt schwer! Ja! Ja! Schlechter, okay! Aber ich habe kaum noch Lebenspunkte! Warum legst du das Schwert weg? Ich habe es geschafft! Ja, gut war eine ganze Menge! Oh Mann, das waren viele! Hä, überhaupt welche exzellent waren! Perfekt waren keine! Ist auch egal! 26.000! ich weiß überhaupt nicht wie das funktioniert rechts 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 links ok jetzt ja immer noch doof dass mein controller nicht zum laufen kriege aber gut bei noch soll das ist harry dann instante kiel und der tic wenn wir dann sie in kreis helft ok wir nehmen ob ich nehme das da haben wir über den level darüber noch irgendetwas es sein dass ich mich noch nicht lobe fall dir f5 läuft um einfach nur fünf ich hasse ist wenn spiele so was machen na gut na gut ich habe es aber geschafft poison dagger cloud of shadow boy jetzt alles erst mal nicht wir nehmen das nehmen wir kommen das nehmen wir das und das klingt auch cool okay und dann und jetzt wir sind finished mit der abgerät hallo und herzlich willkommen auf der einen end card wenn euch der ring weiterhin im bann hält könnt ihr oben links ein weiteres video schauen oben rechts abonniert ihr den kanal von antenne wetterspitze und unten rechts könnt ihr euch weitere let's place mit mir auf meinem kanal angucken auf wiedersehen und verfallt nicht dem einen ring wünscht euch euer aha